Herzlich willkommen zurück. Ein bisschen verspätete Aufnahme. Ein paar Kommunikationen auf höchsten Rändern, aber ihr dürft uns jetzt nicht gewohnt sein. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir gehen jetzt einfach mit GPS gar nicht. Wir haben glaube ich den... Aha, ich weiß, was wir gemacht haben. Jetzt weiß ich es wieder. Genau, Negro Roach hat uns ein Rennen, haben wir auch absolviert. Und ja, das war zur letzten Folge. Ne, den halben Wellen machen wir jetzt nicht. Ach komm, machen wir einen Checkpoint. Heute mal was, gibt's schönes wieder. Und ja, es kann auch auf den 4-4-4, aber ja, gut, das ist ja easy machbar. Ähm, was war das? Ja, genau. Ähm, falls die Folge jetzt halt ähm, schwer wie 22 Uhr hochkommt, wahrscheinlich, ich kann es nicht garantieren. Ähm, falls es doch zwischen 21 Uhr und 22 Uhr glatt, dann finde ich es okay. Ähm, wenn es nicht passiert ist, dann weiß ich das. Warum? Weil ich, weil ich ich, sondern der PC musste sich ein neues Update, ein neues Update gemacht. Und ja, dann hatte ich erst am Montag runtergefahren. Ja, als ich, ja, mein PC, oder das, ähm, sonntags, ich weiß es gar nicht, das ist ja nicht, das war sonntags sogar. Sonntags hab ich das, mein PC runtergefahren, aber am Montag nicht hochgefahren. Und deswegen hat es ein bisschen jetzt länger gedauert, bis das mein PC wieder auf normale Temperatur gekommen ist. Fick dich doch einfach mal ein PC. Ja, deswegen, das ist auch ein bisschen verspätete Aufnahmen. Also jetzt haben wir 19 Uhr 21. Wir sind schon bei zwei Kontrollpunkte durch. Ähm, ja. Kann ich nichts ändern. Letztendlich muss halt mal irgendwie seine Updates machen. Aber ich habe natürlich auch einen, ja, kriegt vielleicht 25% der Schuld. Dann hätte ich es auch am Montag einfach hochfahren müssen. Und dann wäre es auch gegessen. Und er ist auch früher gekommen. Aber er ist früher aufgenommen halt, ja. So, jetzt fahren wir hier mal. Wir sind ja schon. Wir sind ja schon fast am Ziel. Und da vorne sehe ich schon. Das habe ich schon gesehen. Und da sind wir. Und hier dann. Juhu. Tick, 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 tick. Okay, das war eigentlich so ein. Das war kein Zehner, sondern 30. Level 9, Level 8. Bei 9.920 US-Dollar. Ja, wir haben es mal wieder dominiert. Hört sich doch immer gut an. Also haben wir Teile rabatt. So. Okay, gut. Dann machen wir doch mal weiter. Oh, wo ist eine Stufe? Ich weiß gar nicht, wo ist eine Stufe. Aber wir haben hier eine Flucht. Machen wir doch einfach mal eine Flucht noch dazu. Und ja. Oh, das war ein Fehler hier. Ich hänge doch Kopf ab. Ja, mach ich. Okay. Fahren jetzt hier rein. Und. Zack. Bumm. Und da knallen sie sich rein. So, jetzt sind wir mal gespannt, wo die kommen. Das war es schon? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann fangen wir doch hier einfach mal rein. Damit wir uns gar nicht sehen. Absperrung genehmigt. Radius 10 Blocks. 10 Blocks. Ja, ja. Okay, das war dann doch eine schnelle Session. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin ja schon auf Stufe 4, also. Zentrale, hier ist 1.18. Seid ihr euch sicher mit dem Fahndungsgebiet? Äh. Äh. Ne, dafür doch nicht. Äh. 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 Ah doch, wir haben es geschafft. Okay, gut. Haben uns nicht mehr erwischt. Ah ja, gut. 23,5 Sekunden. Okay. Ja. Haben wir es doch geschafft. Wir haben uns wieder auch dominiert. Dann würde ich mal sagen, machen wir doch mal ein Level 10. Na, da haben wir doch mal wieder was. Oh, ein Master-Checkpoint. Den, den ziehen wir uns noch ein. Den ziehen wir noch mal rein. Ein Master-Checkpoint. Das wird ein H-Registuell. Puh. Ah. 5 Kontroll-Mutter für eine Minute Zeit. Für den ersten. Okay. Burnout 120. Ja, haben wir doch. Burnout. Kann man Burnout machen? Wüsste ich gar nicht. Okay. Ah, da. Das ist ein Verkehrsunfall. Was machen der? Ha, 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 ha. Huhu. Na, ich darf ja warnen, aber die dürfen ja nicht aneinander knallen. Ich darf das machen. Ja. 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 Mach da die Batterie auf die falsche Seite hinein. Wenn der schon auf die falsche Seite fährt, dann fahrt er richtig. Ja. Wie man da dran bist. Ich geh jetzt mal zum Einsatz, zu Frau Regenscheid. Anscheinend ist da was schief gelaufen. Wegen der Frau Klingenstein. Ich geh mal zum Haus an. Ja. 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 Kurze Störung. Aber, ja. 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 Wir fahren hier weiter. Erster Kontrollpunkt haben wir schon. 15. Wir haben jetzt nur noch eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde. Eine halbe Minute nur noch. Einen zweiten. Dann muss man mal schauen, wo der zweite ist. Dürf da aber auch nicht so weit wählen. Ja. Das schafft mir doch mal. Easy. Kein Problem. Ich bin mein Mensch. Voll Profi hier. Kann man gleich auch etwas anderes machen können. Ohne Zweweiler. Jetzt aber noch gut schuften. Und für eine halbe Sache. Ja. Gut. Oh. Die Hauptkarte haben wir nicht genommen. Wirklich doch einfach. Ja. Für saubere Sache. 230. Ja. Wir werden immer mehr und mehr, wenn wir solche Sachen kriegen, natürlich mehr höher werden wir auch schneller fahren. Jetzt sind wir schon auf 2. Jetzt hebt ihr. Jetzt hab ich einen Sprung gemacht. Wir fahren jetzt halt gehen kurz den Weg hier. Ah. Wir sind jetzt auf... Wenn ihr da rechts seht. Weil das hab ich am Anfang schon erwähnt mal. Jetzt sind wir natürlich auch wieder auf 1. Zur kurzer Zeit waren wir auf x2. Also wenn ihr auf den... Auf die Schaltfläche ganz rechts schaut. Und wo die Kilometern... Stundenkilometern Zahl immer angezeigt wird. Da steht auch immer sauberes Abschnitt oder Driften. Ähm. Oder weiß nicht egal. Das sind Punkte. Style-Punkte nennen sich das. Und... Zum Beispiel jetzt hier Driften 200. Haben wir hier einfach 200 Style-Punkte bekommen. Und vorhin waren wir wirklich auf 2. Auf 3 das ist fast unmöglich, weil... Auf 1 auf 2 das geht ja eigentlich krass. Auf 1 auf 2 das geht ja eigentlich krass. Auf 1 auf 2 das geht ja eigentlich krass. Auf 3 weich ich glaube noch nie. Also weiß nicht ob wir das überhaupt noch bekommen. Oder gesehen bekommen. Ja. Wir sind jetzt schon auf Ziel geraten. Irgendwo da vorne muss es schon ins Ziel sein. Ja. Easy locker. Fast über 40 Sekunden drüber. Haben es immer noch dominiert. Uhu. Aber das war aber knapp. Stopp. Hohoho. Sechs Sekunden schnell. Ähm. Langsamer genommen wäre es. Äh. 31.000 hat es sich doch belohnt. Okay. Reifen. Nichts weiter passiert. Okay. Dann würde ich mal sagen. War es das auch schon wieder für heute. Ja. Haut rein. Lasst einen Daumen da. Kommentar wäre natürlich immer schön. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt. Könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren. Und dann sehen wir uns wieder. In aller Frische. Hoffentlich mehr zur gewohnten Zeit. Und. Ja. Ciao. Ciao.